Die abnehmbare Premium Anhängerkupplung von Westfalia wird von unten gesteckt. So ist sie im abmontierten Zustand unsichtbar. An der grünen Farbmarkierung erkennen Sie nach dem Einrasten, dass der Kugelkopf richtig montiert ist. Mit zwei mitgelieferten Schlüsseln ist Ihre Kupplung abschließbar und so gegen Diebstahl geschützt. Die Elektrosteckdose wird für den Betrieb aus der Parkposition nach unten geklappt. Nach Gebrauch versteckt sie sich wieder hinter der Stoßstange. Schlüssel einstecken атоartybank.com Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020